Was geht Gamer Freunde und willkommen zu einer Runde Fortnite, mit dabei ist der Mikko und Plan B, sag mal hallo Jungs Moin 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 Ja Leute, damit ich sage, kurze Rede, langer Sinn, auf ein Win Lange Rede, kurze Rede, langer Sinn, das sage ich so oft, aber kommt gar nichts Was, ich weiß wie das eigentlich heißt, Bruder, aber Viu und ich haben uns entschieden, kurze Rede, langer Sinn zu sagen, Bruder Ja gut, dann verdrehe ich Aussprüche Ja mach das doch, wer hält dich denn auf, Digga Okay, aber nicht du Die Gesellschaft Was? Bruder, keiner verurteilt dich, kein Mensch, Micha Einfach Sprüche verdrehen Ja mach das, wie du für richtig hältst, Bruder Du bist doch hier dein eigener Herr, oder nicht? Ja Wer nichts wagt, der gewinnt Ja genau, manchmal schon, Bruder, bei manchen ist das schon sogar wahr, ne? Manchmal ist das sogar, bei manchen Leuten ist das wahr Bruder, wir hätten gewonnen, wäre ich nicht runtergeflogen, Digga, der Mistkerl, Digga Ja Ich dachte da wäre, ich hätte die da oben auch fast gehabt, aber ich wollte, habe mich geheilt und dann war hinter mir im Fenster, was ich nicht gesehen habe Rechts von uns springt einer auch ab Er ist genau an dem, oh er springt auf unserer Insel ab, Leute Dealer? Ja Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, er ist bei Mika Oh, oh, dieser Moor, er ist jetzt bei dir, er ist jetzt bei dir Wenn du eine Waffe hast, kannst du ihn sofort abballern, versuch schnell, was er zu tun Er ist bei dir Genau da, wo du jetzt rausläufst Wenn du rausläufst, ist er da direkt, beim Auto Habe ihn Ach, du bist hergekommen, um meine Kiste zu stehlen, ne? Hey, Micha, warte, warte, ich trage ihn, guck mal, guck mal Hey, da ist noch jemand, Micha, ich höre Schritte Ich habe Flammenwerfer Ich habe Schritte gehört Oh, er hat mich gekillt, er ist im Haus drinnen Pass auf, links um Geht er weg, geht er weg, geht er weg Ich habe ihn Noch einer Okay Hier, rechts, links ums Haus, Dealer Hab ihn Schönes Ding, bitte jetzt noch einmal den Noob wiederbeleben Warte, ich heb lieber diesen Noob auf, wir werfen ihn irgendwo runter, Bruder Wollen wir ihn runterwerfen Nein, ich bin schwarz, ich will nicht sterben Micha, du hast Waffen und so, ne? Einen Bogen Ich habe nichts Gutes, ich habe einen Flammenwerfer Bitte nicht, Digga, nicht Flammenwerfer Das ist immer so gefährlich, diese scheiß Waffe Soll ich dir eine Pistole geben? Komm mit mir, Micha, wir haben da oben Kisten und so, komm Oh, Micha sammelt gerade eins nach dem anderen auf, Bruder Ich glaube, die Leute hassen ihr Leben gerade Die sind gerade da gelandet, wo sie gestorben sind Keiner von denen hat einfach Waffe Ja, ist ja wie bei uns gewesen, ne? Die Sammo, wir benutzen wieder die Kloake Ja Alles klar KS Niko Moin Niko Niko, wenn du Bock hast, kannst du mit uns reinjumpen Ich habe Jumpbet, Bruder, yeah Kennst du Niko? Welcher Niko, Bruder? Perfekt, ich kenne Niko auch nicht Was für ein Stil, Digga? Niko, jump mit uns rein, wenn du Bock hast Allein, Bruder, kennst du ihn? Wer ist das? Ja, Bruder, perfekt, ich kenne ihn auch nicht Wenn du Bock hast, jump reinjumpen Ich werde beschossen Von wo? Ja, ich sehe ihn Ich habe ihn Sind seine Mates dort Und wir werden da Hey, jemand benutzt Spidey Oh Oh, wo? Da, da Ne, im Taxi Ich habe ihn gemacht, da Hey, da oben ist Traktor, Bruder, einer ist im Traktor Oh, Spidey kommt zu uns, Spidey kommt zu uns Er ist eingeladen, Bruder, er ist herzlich willkommen Spidey kommt, er kommt von unten Er hat gebaut hier unten Er ist tot Wir haben ihn Bruder, vergiss ihn jetzt erstmal Vergiss ihn Ja, ja, Berg Da oben sind zwei Auf dem Berg, ja? Ich habe einen so gut gehittet, Digga Oh Oh Einer kommt mit diesen Dingen Er kommt zu uns, er kommt zu uns Oh, verdammt die Scheiße Er haut wieder ab, was ist denn mit ihm los, Alter? Bruder, seine Mates, wir brennen hier alles nieder, Digga Deine Slow Ja Bruder, die verbrennen hier alles nieder Oh, 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 hier ist noch einer Die sind runtergeflogen Hier rechts ist noch einer, Leute, er baut hier rechts Bruder, wir kämpfen dann gerade an verschiedenen Fronten Da kommen noch mehr Micha, pass auf, bei dir sind sie Hey Micha, unter dir, unter dir Hinter uns sind auch welche Ja, Spider-Man kommt Ja, der ist tot, ich habe ihn Ja Da kommt Spidey, Bruder, pass auf Hinter uns, Micha Von rechts, von rechts Noch einer, rechts Ist low Ja Oh Oh, sie hauen ab, sie hauen ab Bruder, ich brauche Hilfe Oh, ich habe kaum noch Leben Bei mir? Bei mir ist auch jemand Ich bin's, warte, ich komme zu dir Hier unten ist jemand Da, da, da Es markiert Micha, hier unter uns ist jemand Hey Micha, komm mit, komm mit Ich hoffe, der ist noch nicht abgehauen Hier unten war auch jemand Ist da einer, oder was? Ich höre Schritte Da ist er, da ist er Über mir Hey, Zone kommt Nein, die haben mich, die haben mich Zone kommt, Zone kommt Ich war unter Zeitdruck Ah, jetzt bin ich auch tot Ah Mensch Schade, 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 schade Du lebst noch? Micha lebt noch Ja, ja, Micha lebt noch Sehr schön Oh man, das war aber ein geiler Fight Oh, ich bin jetzt gleich komplett vernichtet Ja So ein bisschen den Bizeps für die Kamera zeigen Danke Schade, da hast du keinen Heal hast, Digga Ist bei euch irgendwie ein Madkit oder so? Äh, ich glaube, da war Madkit, Bruder Jetzt guck mal nach Linke Seite war, glaube ich, mit Links, links Ich glaube, dahinter Schieß mal das nieder Da Oh, krieg ich das hin? Ich glaube nicht, Bruder Ich glaube nicht Ich glaube auch nicht Vergiss uns einfach, Bruder Versuch dein Glück Mit AK schießen, Bruder Das ist zu gefährlich Weil wenn sie dich sofort sehen, bist du verloren Probier's Und, 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 und Oh Du hättest die Waffe wechseln müssen Krass Oh, jetzt baut er Er hat's aber nicht gecheckt Er hat's nicht gecheckt Er hat's nicht gecheckt Unten, er ist nach unten gegangen Er ist nach rechts gegangen, genau Da, rechts ist er Ich glaube, One-Shot ist der, ne? Du hast ihn vorhin One-Shot gemacht Rechts ist er Da ist er, ja Da unten ist, äh TZ ist deiner Gruppe beigedreht Oh, jetzt sind die Profis am Start Ah, der baut diese Du hast ihn genau Oh, sehr schön Sehr schön Hm, läuft, Digga Was geht, Jungs? Was stimmt bei dir? Ah, TZ Ist das ein epischer? Weil das One-Hot-GaVs-One ist Ein, nur noch eins gegen eins Oh, Digga, liebe Freunde Leute Leute, Leute Wir haben insgesamt zwölf Kills, liebe Freunde Plan B hat gewonnen Ja, Plan B würde ich jetzt nicht ganz sagen, oder? Liebe Freunde, der Fluch ist jetzt hier gelöst. Wollt ihr irgendwas sagen, Jungs? Ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Ja, liebe Freunde, erster Sieg. Dank Mika, der hat rasiert hier. Da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ciao.